Hallo, in diesem Video zeige ich euch die Quest, der Stamm der Himmelshövner anzunehmen bei Mayla Hochberg in Donovtotem bei den Koordinaten 4550. Sie steht im Erdgeschoss vom Donovtotem und bei der Quest muss ich mich mit Lassan Himmelsorn treffen. Dann lege ich mal los. Ich muss hier auf den Aufzug warten. So. Und muss hier entlang. Ich hoffe, das ist der optimale Weg. Da dürft ihr durch den wunderschönen Hochberg laufen. Hier nach links. Hier hinten ist noch ein Weg, aber ich bleib mal auf diesem hier. Das scheint auch der optimale zu sein. Ich habe ja die Quest auch schon mit anderen Charts gemacht. Aber ja, bei der Flutanguest vergisst man das eine oder andere. Bin gleich da. Also gleich ist immer natürlich Auslegungssache bzw. Ansichtssache. für mich ist es gleich. So und ich bin angekommen bei Lassan Himmelsorn. Im Gebiet der Hochberg bei den Koordinaten 52 und 55 ist die Quest abzugeben. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschüss. 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 Tschüss.